Und was machen wir jetzt mit der neuen angefangenen Folge? Einfach weitermachen? Das müssen wir einfach zu Ende machen, ja. Okay, gut, machen wir halt einfach zu Ende. Jetzt haben wir sie schon angefangen. Das ist ja schon angefangen. Wenn du die einfach stehen lässt, dann wird die schlecht. Kann sie auch nicht machen. Das stimmt. Enttäuschend. Ja. Ich bin ganz schön enttäuscht von dir, du blödes Loch hier. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Kommt mal mit, Tina. Kommt nicht mit, kommt nicht mit. Folgt ihm nicht ins Licht. So, wir machen mal einiges an Brechstein zu Stein. Weil wir wollen Stein. Immer mit deinem Brechstein. Das hört sich immer wie Kotzen an. Ja, genau so hört es das auch an, wenn man Brechstein sagt. Äh, Bruchstein sagt. Bruchstein finde ich aber besser. Das klingt so nach Herr der Ringe. Achso, hey, hab ich gar nicht bedacht. Ich gehe nach Bruchthal. Bruchthal. Rechthal. Jo, Gandalf. Alter Kiffer. Wir gehen jetzt in das Rechthal. Jo, was geht mal, Alter. Bring mir ein bisschen Zeug mit. Sind meine Steine wieder leer? Nein. Ich möchte, bevor jetzt jemand anfängt, hier rumzudissen, oh, du scheiß Idiot, ich mag Herr der Ringe voll, möchte ich erwähnen, dass ich Herr der Ringe auch saugeil finde. Luke. Ja? Ich mag Herr der Ringe voll, du bist voll doof. Ich mag Herr der Ringe auch, ich bin voll doof. Nur dummerweise, äh, refused mein PC to abspielen the DVD auf Herr der Ringe, die Gefährten. Was? Das ist ja doof. Ja, ich auch. Du magst Herr der Ringe, der ist doof. Was? Äh, ja. Sag einfach ja. Ach, hast du schon. Tschüss. Tschüss. Ist du voll, ich wundere mal für immer hier einsperren? Hätte ich dafür einen Grund? Oder war das nur was wirklich für? So, da bin ich wieder. Der schlechte Witz ist, glaube ich, passé. Ähm, dann können wir jetzt wieder normal weitermachen. Okay. Also, wieso wollte ich Hunde nochmal für immer hier einsperren? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich weiß es gar nicht, was hat er eigentlich gemacht? Die hatten wir voll nochmal geguckt, verdammt. Ja, muss ich auch nochmal. Die waren ziemlich cool, ne? Ja. Da haben wir sogar ein, ähm, Award für bekommen. Den Web-Video-Preis-Award. Ja. Würde ich mindestens das. Anders kann ich mir, also was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann ja nicht sein, dass die einfach leer ausgegangen ist, die Folge. Also, die Folge. Geht überhaupt nicht. Kannst du dir das vorstellen, eine Folge von uns? Mal leer ausgegangen? Nee, also dafür sind die echt schon zu gut. Bist du zu weit gegangen? Ich bin echt zu weit gegangen. Das geht so nicht. Huhn glotzt mich an. Huhn glotzt zurück. Du glotzt zurück. Huhn glotzt dich an. Wir beide glotzen uns an. Ihr glotzt euch an. Oh mein Gott. Jetzt können wir Kinder lieb werden. Kein Kind will das hören, glaube ich. Irgendwie nicht, gell? Das ist irgendwie creepy. Das Huhn glotzt dich an. Müssen wir noch. Huhn glotzt dich an. Du glotzt zurück. Du kannst den Blick nicht entfleucheln. Das können wir draufsteigen sein. Stimmt. Ja, neues Huhn. Eins. Du kannst den Blick nicht entfleucheln. Zwei. Ich kann den Blick auch nicht entfleucheln. Drei. Niemand kann den Blick entfleucheln. Ja. Hier. Genau. Stein. Herr damit. Gib's ihm. Den Stein. Das ist zu wenig Stein. Ich brauche mehr Stein. Ich kann doch die Hühner noch ein bisschen fahren. Du passt schon mit dem da. Sie haben in der Luft Liebe gemacht und es ist ein Kind rausgekommen. Das muss man auch erst mal schaffen. Könnte auch ein interessanter Buchtitel sein. Wir haben in der Luft Liebe gemacht und es kam ein Kind dabei raus. Das darfst du nicht sagen, wenn ich am Trinken bin, verdammt. Wann bist du mal nicht am Trinken, Luke? Dein Alkoholismus geht mir schon langsam auf den Zeiger. Das ist eigentlich ja für. Ich muss zu arbeiten. Du bist sonst zu aufgeregt, ne? Kann ich auch verstehen. Ich zittert natürlich immer, wenn ich nichts denke. Hier, seht ihr das? Meine Schaufel. Zittert ohne Ende. Seht ihr natürlich nichts. Wie spielst du wieder mit Facecam? Natürlich. Besser nicht. Ich will ja nicht die letzten, äh, deutlichsten Punkte noch verschrecken. Ach, das glaube ich nicht. Naja, also... Die wollen doch alle sehen, wie du aussiehst. Hast recht, ich sehe so ultra gut aus. Was ging jetzt schon wieder ab hier? Hör auf, mir soll die Flausel in den Kopf setzen. Was? Ich? Ja, du. Mein Arm tut weh. Oh, da läuft was. Fühlt mir in meine Schulter. Das ist korrekt. Hallo. Hallo. Ach, kriegt ihr jetzt auch eine zweite Etage? Ist ja nur das Keller, das Keller. Oh, der hat aber echt viele Babys bekommen. Ja. Ach, wie schön. Eine richtig kleine, süße Hühnerfamilie. Ja, ich glaube, das war echt ein Hünett. Hünett? Sehr schön. Ja. Das gefällt mir. Ich glaube, ich nehme das Bett mal mit dahin, dann kann ich da fände. Und das Kind heißt bitte Chickeline. Voll die Chicks, ey, Alter. Oh, das war echt schlecht. Ja, aber wirklich schlecht. Mega Fail. Mega Fail. Warte. Mega Fail. Hey, hallo? Wieso komme ich da nicht rein? So. Deswegen ist hier das Schild da. Das ist schon richtig platziert worden von mir, glaube ich. Ich muss ein bisschen durchatmen. Tiefatmen. Du musst Luft kriegen. Du musst Luft kriegen. Wenn, 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 dann, wenn, 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 aber. Genau. Und jetzt schön pressen. Okay. Lassen wir das. Ich möchte jetzt kein Kind bekommen. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wir let's playen gerade Minecraft. Und reden dabei über sinnvolle Themen. Wie zum Beispiel. Das hilft das ja, das Leute anzuziehen. Das Leute anzuziehen. Haut. Ist der gerade runtergegangen? Ich sollte erstmal mal mit einer Sprachkehler beheben. Können Skelette nicht schwimmen? Boah. Nein. Der ist aber leckt. Hast du abgesoffen oder was? Das Skelette ist abgesoffen. Und ich habe ihm lustig dabei zugesehen. Und habe dann auf einmal sechs Pfeile abbekommen. Das ist mir aber bei Minecraft Hardcore passiert. Oh. Was hast du schon aufgesehen? Ja, bestimmt. Da hattest du immer so Server-Lags, weil du im Hintergrund noch Sachen abgeladen hast. Das war ein großer Fehler. Ja, Sachen abgeladen sollte man besser nicht tun. Den Boden. Wie macht man den Kellerboden? In einem Normalfamilienhaus. Ich würde nur sagen, das ist Gold, oder? Ja, Gold oder Quarz. Also, ich kenne auch einige, die Quarz haben. Du hast ja echt eine Idee. Und was ist die da? Oder Glowstone. Das ist immer hell. Stimmt. Dann kommen keine Ratten. Und keine Endermen. Obwohl, doch, die kommen trotzdem. Außer der ist nur zwei hoch. Der Keller ist ein bisschen größer, weil der soll Endermen-unsicher sein. Ich habe schon wieder die Schaufel vergessen. Zu Recht habe ich zwei Pfeile im Kopf. Es sieht aus, als hätte ich einen Köcher auf dem Rücken. Und meine Pfeile wären ein bisschen unordentlich da reingestopft. Ja, das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass du recht unordentlich bist. Und das ist schon ein Problem eigentlich. Was? Nicht schon unordentlich. Das kann nicht sein. So, wo ist denn die Treppe dann unten hoch? Also muss eine Treppe jetzt hochkommen für Hohen sein. Ich habe eine Treppe gefunden. Ich mache jetzt eine Treppe. Ich habe noch eine Treppe gefunden. Hohen, wie machen wir die Treppe denn am besten? Dann kommen wir schon mal drücken. Entschuldigung. So, jetzt, ähm, naja, dann unterhalte ich mich halt mit euch, meine lieben Zuschauer. Nein. Ey, das ist unfair. Das ist jetzt nicht fair. Und, wie geht es euch so? Was habt ihr so gemacht heute? Hallo. Also, ich habe jetzt bisher, ähm, bin ich jetzt zurückgegangen, weil ich blöd, weil ich die Schau vergessen habe. Das habt ihr ja sicher gesehen. Aber da habe ich jetzt wieder eine. Hoffentlich reicht die jetzt für die ganze, für die ganze Strecke. Die ist ja doch ziemlich lang. Aber dann haben wir wenigstens endlich, ähm, eine, einen Weg. So wird man von den Frauen behandelt. Man tut alles für die Frau. Geht in den Nether. Stirft sogar. In der Lava. Kohl Quarz. Und mit der Ferne konfiguriert. Ah! Du hast das einzig das Richtige gemacht. Runterspringen. Genau. Herr Vorsitzende, was sagen Sie denn dazu? Hier oben jetzt bauen. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Was? Der Vorsitzende hatte so noch gar kein Haus. Nee, aber er hat sein Statement abgegeben. Na toll. Hat ihm das erlaubt? Ich war das nicht. Ich habe ihn gefragt. Der Vorsitzende, der Vorsitzende ist, jetzt, hey, der Flug und Anni, Server, Verschönerungsvereins. Verschönerungs, Verschönerung. Das Haus geht ein Panoramafenster, das habe ich beschlossen. Steine. Creeper. Was? Creeper. Creeper. Und diese Uhrzeit. Und diese Uhrzeit. In Hoons Land. Hello. Hoon. Hallo. Let the Creeper go. Nein, das macht mir keinen Sinn. Ja, doch, lass ihn gehen. Soll er doch seine Wege ziehen. Seine Wege gehen. Das ist ja alles nicht so sinnvoll, was ich hier mache. Ha. Das ist nicht so sinnvoll, was ich hier labere. Das ist ja nur... Ja, wie bitte? Hallo. Äh... Soll ich sagen... Also, hier sehen wir gerade nicht den Boden so ein bisschen als die von Luchs... Äh, Luchs. Ja, von Luchs Let's Play. Ich wusste es doch. Schneide es mich immer raus. Hallo. Du weißt das nicht. Hallo, kleines Schafilein. Hier. Friss die Fackel. Friss die Fackel, du. Ah, okay. Friss Fackel, Alter. Ich möchte an dieser Stelle noch mal Werbung machen für die neue Version von Minecraft. Es gibt ja nach Vanilla, nach Bucket und Tacket kommt jetzt auch Bucket demnächst raus. Oder? Damit alle beschreibt wissen. Also sicherlich schon jetzt, dann kriegt ihr es auch wieder zu einem Vorschachspreis von 50 Cent billiger. Normalerweise liegt der Preis, glaube ich, ungefähr bei... Lass mich nicht lügen, 5 Millionen Euro und 50 Cent, glaube ich. Ja, das kommt schon hin. Ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube, ich muss hier mehr Fackeln hinstellen eigentlich. Naja, werden wir dann sehen, wie Monsterüberlaufender Weg wieder ist, wenn wir zurückkehren. Von den jüngsten Abenteuern in der Mine. Wir sind in der Mine? Nein. Das ist ja lustig. Ich werde es eh rausfinden. Weil du nämlich immer den Fehler machst, die Folge hochzuladen, dann sehe ich, was du gemacht hast. Verdammt, ich sollte sie auf einen Geheimserver hochladen, wo sie niemand sieht. Genau. Das macht voll Sinn. Darauf ein Brot. Ein Brot, ein Brot, ein Brot. Was? Habe ich jetzt schon wieder alle Steine aufgebraucht? Ich hatte doch gerade einen 64er-Stack mitgenommen. Das kann doch nicht sein. Hä? Was würdest du sagen? Krass. Macht sich ein Glas Scheibe besser oder ein Glas Block als Fenster für Huhn? Eine Scheibe. Ich habe noch Scheiben, wenn du brauchst. Brauchst du Scheiben? Ja, ich suche gerade Scheiben. Ich habe welche dabei. Wo bist du? Du bist in der Mine. Nein, ich bin beim Huhn. So, dann komme ich jetzt auch wieder dahin. Habe ich gerade. Ich. Ich habe deine Hutplank aufgenommen. Ich lasse die mal dann liegen. Die brauchst du bestimmt noch. Wie viel brauchst du denn? Weiß ich noch nicht. Wie hast du denn? 18. Das könnte vielleicht reichen. Ich werde erstmal die erste Schicht fertig machen, damit ich das Huhn auch in die oberen Gebiete lassen kann, weil ich finde das nicht so schön, wenn das Huhn immer noch im Keller lebt. Das ist nicht okay. Das ist wirklich nicht okay. Das wäre so, als würden wir in unserem Heizofen schlafen. Zum Beispiel. Ah, die Kiste ist zu voll. Was nehme ich denn raus? Oh. Nehme ich mal so Geschirr. Geschirr mit. Geschirr, Geschirr. Jetzt kommen wir hier zum Name-Tag. Das Boot brauche ich auch gerade nicht. Erde. 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 Das ist eine Bross. Ich glaube, jetzt kann ich Honi hochlassen. Das ist genug gesichert, dass Honi nicht rauskommt. So, jetzt nehme ich mal zwei Stacks mit. Aber das sollte doch jetzt reichen bis zum Ende, oder? Wahrscheinlich wieder nicht. Aber dann wäre das auch der letzte Stack. Hier könnte mal wieder geerntet werden. Seriously. Indirekte Anmerkung. Was? Hier könnte mal wieder geerntet werden. Achso. Ich soll ernten gehen. Naja, wir haben ja noch, also ich habe noch genug Brot dabei sonst. Just in case you have nothing to do. Achso, du meinst, wenn wir nichts zu tun haben, dann gehen wir einfach ernten. Genau. Oh, mir ist langweilig. Das ist auch so, wenn, 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 wenn klein Timmy zu klein Jacqueline kommt und sagt, hey, yo. Jacqueline. Also so diese kleinen Schulkinder und so, dann dann, yo, was sollen wir machen, ey, mir ist voll langweilig. Lass mir die Disse gehen. Ne, ich habe auch was zu ernten, ey. Okay, lass ernten. Ja, cool, lass zusammen ernten. Das ist so die typische Zeitvertreibung der kleinen Kinder, also den Teenager. Lass mal ernten gehen. Was hast du jetzt schon wieder gedacht? Gar nichts. Jaja. Dann holen die sich ihre Sense und sensen das Feld. Man, das fällt mir. Blödes Feld. Und dann steht demnächst in der Zeitung, Amoklaus provoziert durch Feldarbeiten. Durch, let's play. Ja, Feldarbeiten sollten verboten werden. Let's plays sollten verboten werden. Nein, Feldarbeiten sollten verboten werden. Bösartige Let's Player. Für leidende Kinder. Nein, Huhn, tut mir leid, ich habe mich nicht getroffen, das wollte ich nicht. Hast du Huhn? Ich habe sie in ein Ei aufschung geschmissen. Oh. Der Boden muss noch individualisiert werden. Mit Individualität. Ich glaube, ich mache einfach Steine rein. Das ist normal. Steine rein, Steine rein. Macht, was immer ein Stein macht. Steint sich rein in den Stein. Was? Das ist fein. So soll es sein. Pass auf. Hier kommt der Stein herein. Ich bin ja wirklich dafür, dass wir unsere Let's Plays umbenennen in Let's Sing. Singstar. Let's play Singstar. Genau. Let's play Singstar. In Minecraft. Wir spielen Songstar. Songstar? Ja, ja. Achso, ja, stimmt. Das ist, äh, genau. Das müssen wir auch andere... So wie mit der Coca-Cola oder der Pepsi-Cola oder so. Und der Afri-Cola und der Bionade-Cola und der Premium-Cola. Und natürlich der... Na, wer hat aufgepasst? Ich nicht. Scheiße. Ich habe natürlich aufgepasst, wir werden natürlich nichts vorweggreifen. Wenn Leute das raten lassen. Genau. Also, jetzt wieder schöner Ratespaß. Und in zehn Sekunden kommt die Lösung. Das braucht keine zehn Sekunden. Jetzt wird die Lösung eingeblendet. Yay, ihr hattet recht. Woo! Ich dachte, ich erfahre das jetzt einfach. Ich hoffe, du hast doch mitgeraten. Achso, äh... Nein. Ähm... Luke? Ja? Geht ab. Der Mond ist aufgegangen. Achso, es ist dunkel. Das merkt man. Ich bin so vertieft in das Hausbau gewesen. In das Hausbau. Ja, weil das Hausbau hat mich voll beschäftigt. Und dann habe ich gerne gesagt, ja, 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 weitergebaut. Und ich... Ein Zombie. Na, 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 na. Zombie, Zombie. Schreit's aus dem Wein. Habe ich die Kartoffeln in den Ofen getan? Oder warst du das? Nein. Das war ich, ne? Automatisch. Ich habe keine Ahnung. Blöder Automatismus. Jetzt habe ich alle Steine gebrannt. Ich bereue dich eigentlich für den Weg. Na, na, na. Ich bin Monster in der Nähe. Der Zombie. Oh. Ich kann dir gerade nicht helfen. Ich bin in der Kiste. Was machst du in der Kiste? Ich führe einen Zaubertrick vor. Ab in die Kiste mit dir. Ab in die Kiste jetzt. Es ist ja Zeit zu schlafen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Dann brauchst du mich gar nicht zu zertrennen. Gute Nacht. Gute Nacht. Wow. 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 Da rülpst er mir in mein Ohr. So liebe ich das zum Frühstück. Hallo. 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 Sie sind vergiftet. Warum sind sie vergiftet? Ich habe schon wieder Zombie-Flecht gegessen. Aber richtig. Das Richtige ist zu essen. Wofür koche ich hier eigentlich tagtäglich? Diese leckeren Speisen. Damit ich dann Zombie-Flecht gegessen habe. Richtiger Mann hier überleben und so. Das macht für mich keinen Sinn. Habe ich gerade schon wieder den Entdeckungssound gehört? Das ist wieder von dieser blöden geheimen Untergrundwöle. Die wir noch nicht gefunden haben. Ich werde mich von Huns Haus aus dahin graben. Ich möchte, dass wir bitte bei Folge 100 ein Höhlen-Such-Special machen. Okay. Also vorhin ist es noch Folge 100? Ja. Da werden wir damit beschäftigt sein, unser Haus zu untergraben. Und dann wird es aber in Einschätzung. Dann füllen wir einfach mal die Physik ein. In Minecraft 1.8 gibt es dann Physik auch für alle Steine. Das heißt, nicht nur Gravel fällt runter, sondern auch jegliche andere Steine. Wenn sie nicht auch so schlecht gesichert sind. Genau. Das heißt, mit dem zusätzlichen neun Schleim-Sachen. Jetzt geht es auf diesen Schleim-Glock, oder? Ne, wie hieß das denn nochmal? Deine Blöcke? Ja, irgendwie diese... Naja, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Lisa von der siebten Route entwickelte. Aha, gefährliches Halbwissen. Ja, Huhn, wie bauen wir das Haus weiter? Sag mal was. Mach mal an. Also, du. Huhn. Du? 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 Ich sage dir, bock, bock. Achso, okay. In der nächsten Folge, bock, bock. Wie du das Haus bauen sollst. Bock, bock, bock. Okay? Bock, bock? Okay, okay. Oh, es hat genickt. Interessant. Natürlich hat es genickt. Es hat ein Genick. Ach, die Nicker. Genicker? Wie haben sie ihn gerade genannt? Einen, der Nick. Oh, okay, alles cool. Sehr gut. Sehr amüsant. Sie wurden auch aus Scraps, dieser Serie. Ist das die, die früher immer vor den Swimpsen lief? Das weiß ich. Ich habe die im Free-TV nie gesehen. Ich habe die immer noch auf DVD gesehen. Achso. Was hast du denn hier? Es ist doch nicht wahr. Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, sind die Hühner durcheinander. Oh, oh. Was ist das? Ich habe was nicht bedacht. Die Hühner können raus. Huhn können raus. Oh, oh. Schnell viel Glas. Schnell Glas, schnell Glas. Glasscheiben, Glasscheiben. Ist der auf die Pressure Plate getreten? Oh, oh. Haben wir Glas? Äh, äh. Das ist natürlich, was durchsichtig ist. Ah. Das hat Glas so an sich, wenn es nicht gefärbt ist. Rechheit. Hallo. Warum laufen die denn alle raus? Ich habe doch Körner. Okay, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Jetzt kommen die Kühe hier schon durch den Zaun. Run. Luke, run. Ich mache ja schon. Komm, wenigstens ist das Baby muss hier rein. Die anderen kann ich ja, zur Not. Hühner, ihr macht mir einen Kummer. Machen die Hühner? Nicht das, was ich will. Was? Sie machen das, was du willst? Nicht das, was ich will. Ach so, ich dachte auch, sie machen das, was du willst. Gut, wir machen den Kummer, das macht ja keinen Sinn. Aber ich verstehe es. Jetzt verstehe ich es. Ich habe diese Bäume hier gepflanzt. Das muss ich gewesen sein. Diese Frage ist da überhaupt. Was ist los? Dumme Hühner. Ihr seid alle doof. Alle ganz gemein zu mir. Ihr seid böse seid ihr. Ganz böse. Haben wir Flint? Wir haben Flint. Wir haben Federn. Flintstone. Wisst, was das heißt? Es gibt jetzt Pfeile. Ach so. Pfeile, Pfeile. Pfeile, Pfeile. Du kannst in den Nether-Deklemender mit den Tarkin jagen gehen. Ja. Könntest du die bitte anders bezeichnen? Das ist mir nicht ganz geheuer. Gast. Gäste. Du kannst Gäste jagen gehen. Gäste. Gäste. Die Folge ist rum. Seit längerem. Wieder? Schon wieder, ja. Warum begrüßen wir dann nicht die Leute in der neuen Folge? Wir könnten auch eine Pause einlegen. Eine Ausnahmepause? Ja. Okay, ich bin auch gerade fertig mit dem ersten, oder eigentlich mit dem Erdgeschoss von Huhn. Huhns Haus. Nicht mit dem ersten Erdgeschoss von Huhn, sondern von Huhns Haus. Das heißt, ich habe jetzt also eine gute Stelle, um Pause zu machen. Das ist schön. Ich warte hier schon mal bei offener Tür. Denn wie immer wollen wir ja in unserem Haus spawnen. Spawnen? Spawnen. Hört sich seltsam an. Spawnen, natürlich. So. Da habe ich ja einiges geschafft heute. Also. Nämlich heute. Für euch in ein paar Wochen. Ach, jetzt komme ich wieder nicht rein. Ich bin echt fett geworden für die Tür. Mega fett. Nein, du bist doch nicht fett. Aber diese Hosen machen mich so dick. Ein paar kann so viel unendlich stimmen, aber... Wie bitte? Komm mal mal hier rein. Möchtest du das hier nochmal festhalten? Ich möchte dich hier drinnen festhalten. Wo sind denn meine Handschellen? Enderman. Ich kann gerade mal welche craften. Luke. Einer. Eins zu drei. Ich mache mir jetzt eine Handschelle. Geht nicht. Bewerbung für den Netzplay mit Luke und Anni selber Verschillerungsverein. E-Mail. E-Mail. So. So viel dazu. Oh, was macht der Herr Baum hier? Und meine Podeste immer wieder mit. So, jetzt etwas zeitverzögert das Bild dazu. Hm? Wo bist du hin? Ich habe auf die Infotafel geschaut. Achso. Ich komme jetzt. Jetzt geht du mit mich wieder hinten. Doch, ich gehe immer nicht vorbei. Nein. Verdammt. Nein. Ich habe mich eingesperrt. Hilfe. Häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt. Werde mich wehren. Werde dich mit Klapp schmeißen, bis du gut bist. Das könnte sogar funktionieren. Dann werde ich dich mit... Nein! Jetzt ist er einmal vorbeigelaufen. Die Frechheit. Hihihi. Die fühlt mich immer. Ja, die Hals. Hm. Er ist gar nicht zur Infotafel gelaufen. Er ist sich bei den Kühnen versteckt. Hm. Ich kann ihn nicht von den Kühnen unterscheiden. Er könnte sich darunter befinden. Wo bleibt die Frau denn nur schon wieder? Ist ja schrecklich. Oh, jetzt habe ich die Blume abgerissen. So. Folge XXL ist damit beendet. Okay, ich verstehe, was du meinst. Böse. Brüll. Nein. Keine Ahnung. Keine Pfeile verschwenden. Die Pfeile brauchen wir noch für die Gäste. Never. Stimmt. Dann lassen wir das. Dann knuddeln wir uns lieber. Ein Blick in den Kopf ist dann am Herzen. Was denkt der denn jetzt schon wieder? Denkt er... Ah, okay, okay. Das sieht sehr lustig aus, wenn meine Hand so klein ist. Guck nochmal nach oben. Oh mein Gott. Nein, kann doch nicht gut sein. Deine Augen fallen da über deine Haare. Da musst du aufpassen. Ach Mensch. Lass uns mal aufhören. Okay. Hören wir mal auf den Scheiß hier. Ja, wirklich. Das ist die letzte Folge. Nein, nein, nein. Da sollte man ja vorsichtig sein. Ja, sag doch sowas nicht. Wir machen natürlich, machen wir weiter. Natürlich. Mit diesem Blödsinn. Auch wenn ihn niemand sehen will. Das hast du da von YouTube. Wir wollen es sehen. Das reicht uns. Haut rein, Leute. Genau. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Irgendein klüger Spruch noch. Irgendein klüger Spruch. Wenn man noch einen Neutron in das Wasserstoff reinpackt, dann hat man nämlich ein Tritium. Ja. Ezeratops. So, das war aber ein cooler Spruch. Nein, der war nicht cool. Der war aber irgendwie... Lass uns die Folge beenden. Tschüss.